Musik Neulich waren wir an der Nordsee und haben dort ein paar Tage Urlaub sehr genossen. Wir gingen am Strand spazieren, dort wo das Watt ist, und haben dieses ewige Naturschauspiel sehr dicht beobachten können und es hat uns sehr beeindruckt. Dieses Wasser, was ganz dicht kommt, die Flut, und dann auch, wo das Wasser sich zurückzieht, die Ebbe, wo dann dieser schwarze Wattboden zu sehen ist und es ist ein ganz besonderes Gefühl, darüber zu laufen. An einem Nachmittag zog sich das Wasser zurück und es stieg von der Wärme der Sonne feiner Nebel auf. Und durch diesen Nebel kamen Sonnenstrahlen und es war eine ganz besondere Atmosphäre. Es sah super genial aus, so etwas hatten wir noch gar nicht gesehen. Aber was unsere Aufmerksamkeit wirklich auf sich zog, das war, als wir sahen, dass ein Brautpaar mit einer Fotografin zum Bildermachen an diesen Strand kam. Und wo die Braut sich positioniert hatte in diesem schwarzen Wattboden, in diesem Schlick. Und ich dachte, wie kann das sein? Die passt überhaupt nicht hierhin. Wie kann sie mit ihrem weißen Kleid und mit diesem Schleier und diesem ganzen Brautstaat, mit dem Bräutigam, der in einem schicken Anzug war, wie kann sie sich hier in diesem schwarzen Schlick und Schlamm und diesem Boden, der so nass war und rutschig, in dem Sand über den Steinen, wie kann sie sich dort aufhalten? Das passte überhaupt gar nicht zusammen. Als nächstes sah ich, wie die Braut vorne ihre Kleider hochnahm, damit sie besser laufen konnte. Und ich erschrak fast, als ich sah, dass sie gar keine feinen Brautschuhe anhatte, sondern hochgeschnürte schwarze Springerstiefel. Ich war echt erschrocken und dachte, wie kann das sein? Das passt überhaupt nicht. Eigentlich passt hier gar nichts. So, wir beobachteten das lange und es beschäftigte mich. Und abends, als ich darüber nachdachte wieder und auch betete, sprach der Herr zu mir. Und er sagte, das ist ein Beispiel, was du gesehen hast, für die Braut, die ich mir zubereite. Eine Braut ohne Flecken und Runzeln. Eine Braut, die aber dennoch diese feinen Brautschuhe ausziehen wird. Wie sie einen festen Stand einnehmen wird in dieser Welt. Die Gemeinde ist die Braut, die ich mir zubereite. Und sie wird einen Auftrag ausführen, den ich ihr gebe. Sie braucht feste Schuhe, einen festen Auftritt. Sie braucht eine Positionierung von mir, damit sie in dieser Welt mit Schlick und Schlamm ihren Auftrag, den ich ihr gebe, ausführen kann. Meine Braut werde ich mir zubereiten. Ich möchte dich echt ermutigen mit diesem Bild, dass du es nehmen kannst und sagen kannst, ja, ich bin dabei. Ich will ein Teil dieser Braut Jesu sein. Ich bin dabei, wenn der Herr ruft. Ich bin dabei, seinen Auftrag zu empfangen und weiterzugehen, weiterzugehen mit ihm. Ich wünsche dir, dass dich das echt ermutigt, dieses Bild, dass du aufstehen kannst, dass du diesen Wunsch tief im Herzen hast. Mit dem Herrn werde ich zu dieser Braut gehören. Er wird rufen und ich werde kommen. Ich wünsche dir, dass du erlebst, Gott hat mehr für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020